Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute, ja okay, Software Engineering und UML natürlich. Heute geht es um Use Cases und ich packe jetzt Use Cases tatsächlich an erster Stelle, auch wenn man normalerweise mehr Klassendiagramme und so weiter erstellt als Use Cases. Aber sie kommen einfach in der Reihenfolge als erstes dran. Ihr erinnert euch, beim Use Case geht es darum, dass wir die Anforderungen etwas detaillierter darstellen. Das heißt, wir befinden uns eigentlich hier sogar noch fast im Lastenheft drin. Quasi so direkt auf dem Pfeil hier zwischen Anforderungen und Entwurf auf so einer Zwischenstufe. Es ist eigentlich schon ein bisschen Entwurf, aber es gehört eigentlich noch fast ins Lastenheft rein. Man macht hier etwas detaillierter für das Lastenheft was. So, deswegen das hier als erstes vom Release Date, aber als letztes in der UML Playlist, wo ich es auch noch einfügen werde. Ja, sehr verwirrend, aber lasst euch davon nicht irritieren. Es ist einfach chronologisch, macht man das meistens als erstes. Deswegen, ja, das ist ein Use Case und ich dachte mir, ein Beispiel ist hier interessanter als tausend Arten, wie man das ganze Ding jetzt erstellt. Ich mache das ganz gerne eigentlich von Hand, also sowas tatsächlich von Hand zu zeichnen und von mir aus dann abfotografieren oder einscannen. Am PC zu zeichnen ist ein bisschen aufwendiger, weil man da natürlich dann diverse Programme benutzen muss, die alle nicht so geil sind, aber egal. Auf jeden Fall, was ihr hier jetzt tatsächlich seht, ist ein Modul oder besser gesagt nicht ein Modul, sondern eine Anforderung, ein Subsystem und zwar das Multimedia System. Also quasi ein Use Case, was man hier jetzt tatsächlich machen möchte. Und ja, wir haben hier den Benutzer als Person und ja, die meint man tatsächlich als solche Strichmännchen. Und man hat hier einen anderen Benutzer auch als Strichmännchen. So, und was jetzt hier tatsächlich passiert, ist folgendes. Wir haben hier den Use Case des Multimedia Systems und dort soll man eine Musik CD erstellen können. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich in diesem Use Case alle Arten von, naja, Erweiterungen für Use Cases. Also es gibt tatsächlich eine formale Beschreibung für Use Cases, wie man so ein Ding erstellt oder was man da für Richtlinien hat. Die möchte ich euch noch kurz alle erklären. Und zwar, diese Strichmännchen, die wir hier links und rechts sehen, sind sogenannte Akteure. Akteure sind sowohl Personen, also wie zum Beispiel Kunden, Admins, aber die können auch ein System darstellen. Deswegen schreibt man meistens drunter, was es tatsächlich sein soll. Das heißt, es wäre hier jetzt durchaus möglich, dass wir einen Akteur haben, also tatsächlich auch als Strichmännchen dargestellt, der aber eigentlich ein fremdes System ist, also wie zum Beispiel jetzt Amazon Web Services, wenn ihr die benutzt oder sowas. Oder irgendwelche anderen Web Services, sorry für die Schleichwerbung, ich werde tatsächlich nicht dafür bezahlt, weil es einfach nur das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Also das heißt, Strichmännchen heißt nicht unbedingt Person, das heißt eher Akteur. Das heißt irgendjemand, der mit dem System interagiert. Dann haben wir im großen Diagramm hier außen rum, das ist das sogenannte oder der Systemkontext, beziehungsweise die Systemgrenzen sind logischerweise auch diese Grenzen hier, die euch dazu helfen, das ganze Ding von außen abzutrennen. Also was gehört rein und was gehört nicht rein. Und dann haben wir hier drin Unteranwendungsfälle, also tatsächlich Anwendungsfälle, die Musik-CD zu brennen oder die CD zu beschriften oder das Booklet zu erstellen oder eben die Musik-CD an sich zu erstellen. Ist hier jeweils ein eigener Use Case in dem Sinne und dieser Use Case hier, der soll das Ganze zusammen sozusagen halten. Und man kann jetzt hier natürlich auch weitere Use Cases erstellen für Musik-CD brennen, für Musik-CD erstellen und so weiter und so fort. Das heißt, man kann das feingranularer machen, je tiefer man sozusagen reingeht. Also das hier ist jetzt ein Top-Level-Use Case. Und dann gibt es noch tiefere Arten von Use Cases, ihr könnt da so tief reingehen, wie ihr wollt. Im Endeffekt könnte man sich jetzt hier überlegen, zu Musik-CD, machen wir Musik-CD brennen. Zu Musik-CD brennen gehört jetzt der Use Case, Brenner starten, Trackliste laden und so weiter. Und dann kann man natürlich reingehen, Entschuldigung, und die Trackliste laden wieder als eigenen Use Case machen. Und dann haben wir schon ein recht tiefes Level. Und da muss man auch immer schauen, wie tief sollte man eigentlich im Lastenheft schon gehen. Also es ist ja eigentlich wirklich noch sehr, sehr früh in der Definitionsphase. Und wenn man hier zu tief reingeht, dann hat man am Ende sehr, sehr fest alles zwar gemacht, aber man hat so viel Zeit in Use Cases gesteckt, das bringt dann auch wiederum nichts. Das heißt, was man hier eigentlich machen sollte, ist so ein gutes Level finden. Da habe ich euch tatsächlich auch keine Faustregel. Wobei doch, ich habe euch eine Faustregel. Und zwar, wenn man nach der Aktion einen Kaffee trinken würde. Das heißt, wenn man jetzt nach dem Musik-CD erstellen, wenn man sich danach einen Kaffee holt, dann ist das nochmal ein würdiger Use Case. Wobei, wenn man sagt, okay, die komplette CD von CD brennen, CD erstellen, Booklet erstellen und CD beschriften. Wenn ich das ganze Ding, wenn ich mir dann noch einen Kaffee hole und ansonsten nach CD beschriften, hole ich mir keinen frischen Kaffee, dann sollte man den CD beschriften Use Case nicht nochmal detaillierter aufdrösen. Also das ist die Kaffeeregel oder keine Ahnung, wie es offiziell heißt. Gibt es aber tatsächlich, also das ist nicht erfunden von mir. Das heißt, man würde hier wahrscheinlich nicht besonders viel tiefer gehen, als dieser grobe Use Case, den wir jetzt hier wirklich haben. Wobei das natürlich auch ein Unter-Use Case sein könnte von dem kompletten Programm. Also das lässt sich wirklich sehr, sehr stark hierarchisch aufgliedern, wenn man das möchte. Okay, dann was bedeuten diese Strichele hier? Also die durchgezogenen Striche und diese gestrichelten Striche mit dem Include drüber und Extend drüber sind natürlich nochmal besonders. Und zwar haben wir hier einmal den durchgezogenen Strich. Das ist eine sogenannte Assoziation bzw. eine Kommunikation einfach von diesem Akteur hier, also unserem Benutzer, hin zu Musik-CD erstellen. Das heißt, wir wollen hier jetzt eine Musik-CD erstellen und zwar das macht der Benutzer. Das heißt, man hat hier einfach eine Kommunikation. Der Benutzer geht hin und erstellt die Musik-CD. Dann haben wir natürlich aber auch noch die Möglichkeit zu sagen, man hat mehr als nur einen Benutzer. Das heißt, man braucht zum Beispiel fünf Benutzer, um eine Zahlung durchzuführen. Das ist jetzt ein aus der Luft gegriffenes Beispiel. Haben wir jetzt hier nicht drauf. Haben wir auch nicht stehen. Dann sagen wir mal, fünf Leute müssen unterschreiben, dass die Zahlung auch wirklich in Gang gesetzt wird. Dann schreibt man hier auf die Assoziation oben drauf eine kleine 5. Und wenn man zum Beispiel mehr als eine Musik-CD erstellen möchte, dann schreibt man hier oben eben eine kleine 2 oder sowas drauf. Und ja, die Standardeinstellung, also wenn hier nichts draufsteht, ist im Endeffekt einer. Also ein Benutzer geht her und erstellt eine Musik-CD in diesem Use-Case-Szenario. Wenn der Benutzer zwei Musik-CDs erstellt, wie gesagt, hier eine kleine 2 drüber. Wenn es zwei Benutzer sind, die eine CD erstellen, hier eine kleine 2. Also nichts Besonderes. So, und ja, dann haben wir hier mit diesen Includes und Extents natürlich nochmal zwei spezielle Beziehungen. Das sind eigentlich keine Assoziationen. Man sieht es auch daran, dass sie gerichtet sind. Also hier haben wir auch Pfeilspitzen und sie sind gestrichelt. Das heißt, es ist keine normale Assoziation, sondern das hier ist eine sogenannte Includes-Beziehung. Wer hätte es gedacht. Und das hier ist eine Extents-Beziehung. Auch das wiederum ist eigentlich fast eindeutig. Was bedeutet es allerdings eine Includes-Beziehung? Der Anwendungsfall Musik-CD erstellen hier, der wiederum inkludiert, also benutzt diese Musik-CD-Brennen. Das bedeutet, wenn man Anwendungsfall Musik-CD erstellen hat, hat man auch automatisch Musik-CD-Brennen drin. Also sozusagen ein Use-Case A benutzt Use-Case B. Das ist eigentlich relativ einleuchtend, denke ich mal. Man muss natürlich, man muss nicht unbedingt, okay, aber man sollte auch, wenn man eine Musik-CD erstellt, hier ein Booklet erstellen. Okay. Dann haben wir hier zwei Extents. Also einmal von, beziehungsweise nicht zwei Extents, sondern eine Extent-Beziehung hier. Und Extent bedeutet in dem Fall, dass man hier, also wir nehmen jetzt das hier als Use-Case A an und das hier als Use-Case B, weil man natürlich von CD-Beschriften auf, ihr seht, wie der Pfeil gerichtet ist, auf Musik-CD erstellen geht. Und dann sagt man, dass der Use-Case A, also CD-Beschriften, den Anwendungsfall oder Use-Case B erweitert. Das heißt, die CD-Beschriften erweitert unseren Anwendungsfall Musik-CD erstellen. Man muss es also nicht unbedingt machen, man kann es aber machen. Und in dem Fall haben wir hier sogar noch den Erweiterungspunkt oder den Extension Point, wo hier Beschriftung angegeben ist. Das heißt, was passiert, wenn ich jetzt hier diese Extents-Beziehung durchführe? Na ja, die CD wird beschriftet. Und das ändert natürlich hier auch ein bisschen den Use-Case Musik-CD erstellen. Also kann man natürlich dann auch noch etwas detaillierter machen. Was genau ist dieses Ding hier oben? Also diese Condition und dieser Extension Point, die geben eben genau das an. Das heißt, wenn der Benutzer eine Beschriftung wünscht, das ist tatsächlich in normalem Deutsch und normalem Klartext formuliert, hier die geschweiften Klammern muss man auch nicht unbedingt machen, dann wird Extension Point Beschriftung hier ausgefüllt. Ja, also im Endeffekt eigentlich sehr, sehr einleuchtend. Es geht ja auch im Endeffekt darum, dass es leicht zu lernen ist und dass man auch sofort versteht, was gemeint ist. Also es ist schon sehr leicht und ich verstehe auch, wenn jetzt hier einige Leute von euch gelangweilt sind, aber ich möchte es euch trotzdem natürlich erklären. So, eine Kleinigkeit, die wir hier noch nicht drauf haben, ist folgendes. Und zwar, man kann Akteure verfeinern oder spezialisieren. Das heißt, wir haben zum Beispiel hier nur den Benutzer und der Benutzer umfasst allerdings zwei weitere Gruppen von Akteuren. Das heißt, einmal Akteur 1 und Akteur 2. Ich habe es jetzt hier nicht wirklich detailliert beschriftet. Als Beispiel wäre hier zum Beispiel hier Dozent zu nennen. Das heißt, wir haben hier einen Benutzer Dozent, der macht irgendwas mit einem Use Case und hat allerdings zwei Kategorien. Das heißt, er benutzt sowohl die Dozenten, die tatsächlich in der Uni oder in der Schule, also Lehrer oder sowas von mir aus, sind hier die eine Akteurgruppe, also wirkliche Lehrer und die andere Akteurgruppe sind Online-Dozenten, wie jetzt ich zum Beispiel. Das wäre natürlich dann eine Möglichkeit, hier zwei Benutzergruppen, die eigentlich beide als Dozent zusammenzufassen sind, hier in eine Benutzergruppe zu machen. Und ja, das ist tatsächlich jetzt hier auch die Möglichkeit, wie man Sachen natürlich spezialisieren kann. Man muss es aber nicht machen. Also man kann auch einfach hier Dozent reinschreiben und dann ist auch wieder gut. Okay, also das sind Use Cases und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ja, nächstes Mal fangen wir tatsächlich mit richtigen UML an beziehungsweise wenn ihr das Ganze über die UML-Playlist guckt, dann habt ihr wahrscheinlich schon die anderen Videos gesehen und könnt jetzt beim Software Engineering wieder weitermachen. Alles klar, dann hören wir uns. Bis dann. Ciao, ciao.